Herzlich Willkommen bei «Tichtel Mächte» im Schweizer Tech-Podcast. Folge 196 mit mir, Philipp Brueck, Florian Bodocchi und Luca Fontana. Hallo! Wieder in trauter Dreisamkeit. Und da passt es gerade, dass wir gerade drei Sachen zuerst ankommen haben am Anfang. Nämlich am Montag, falls ihr Bock habt, und ihr habt Bock, ich merke es, um uns zuzuschauen, wie wir im CS 2, im Counter-Strike, so richtig auf den Sack bekommen. Wir spielen am Montagabend, ich weiß noch nicht, ob es am 7. oder am 8. Wir haben das noch nicht festgelegt, aber auf unserem Twitch-Kanal und YouTube, also Twitch, Digitech Playground, spielen wir am 5. gegen ein Schweizer Profiteam, gegen «Mind Sanity». Dann zeigen wir uns mal, wie das CS richtig gespielt wird, diesen Noobs. Ich habe immer wieder, wie habe ich mich wieder hier überreden lassen? Der Luca ist ein extremer Profi, der hat schon viele, viele Stunden gespielt. Genau, null. Genau, mit dem Domi wird auch noch dabei sein, und der Simon, und eben der Flo natürlich. Und ja, ich glaube, der Flo, ich und der Simon, wir haben es mitgespielt. Ja. Also ich komme vielleicht auf, ich weiss nicht, sechs Spielstunden oder so. Nein, nein, gut, aber es spielt keine Rolle, ob du es 2 oder es Go gespielt hast. Oder es Source. Also ich meine jetzt… Äh, nein. Was gibt es mehr davon? Auf deinem Niveau, Flo, auf deinem Niveau spielt das keine Rolle. Und darum sage ich, die Erfahrung, die zählt schon. Du hast viel Source gespielt, gell? Ich habe, ja, Source und 1.6 habe ich sehr viel gespielt. Habe, siehst du? Nein, das ist meine, das Prinzip des Spiels ist gleich. Ja, aber eben die Maps, nein, ja, ist ja gleich. Ich meine mich Source Noob 3.16. Also, wenn ihr dort reinschauen wollt, am Montag, ich schalte dann auch noch eine Story auf. Und genau, findet ihr das, wäre cool, wenn ihr zuschaut. Hey, es wird super, ich habe mit dem Simon schon ein bisschen vorbesprochen, wir machen heute Nachmittag noch ein Bootcamp mit ihm, und er ist super pumped. Und er hat gesagt, er will uns da durchcarryen und die Leader sein von unserem Team, und mit ihm haben wir nichts zu befürchten. Genau, ich kenne ja den Simon, er ist immer genauso gut, wie sein Mund laut ist. Genau, Mr. Understatement. Ja, genau. Das ist grossartig. Er wird der, der uns immer Teamkills machen wird. Genau, dann das Zweite am Mantic, nein, stimmt, die neue Folge ist schon draussen, die neue angefressene Folge. Und was geht es dort? Dort geht es um Apple Arcade und Gaming im Appleverse insgesamt. Okay, die könnt ihr schauen, genau, die ist schon im Feed und im eigenen Feed. Zu dem komme ich nachher gerade noch, weil in diesem Feed, aus dem Podcast-Feed, kommt jetzt gleich noch etwas Neues. Und das heisst, Spoiler-Fabrik. Und Luca, was gibt es dort? Oh, du hast angesprochen, die Erschütterung der Macht, die in der Podcast-Szene zu spüren gewesen wird. Und zwar, hast du das Datum schon gesagt? Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Sag, wenn die Atombombe fällt. Der Oppenheimer hat das lange vorbereitet für uns. Am Mittwoch, 17. April, wird die erste Folge der Spoiler-Fabrik lanciert. Und was ist das denn? Was machen wir genau dort? Wir besprechen, analysieren und sezieren förmlich neue Filme, Serien und Games. Inklusive Spoiler natürlich. Darum heisst das auch Spoiler-Fabrik, der Digitech Spoiler-Cast. Und gehostet wird das normalerweise oder in der Regel von mir und von Domi. Je nach Film und Thema kann aber die Konstellation auch ein bisschen ändern. Im ersten Block zum Beispiel, da werden wir mit Fallout anfangen. Eine super neue Adaption der Games, die ich noch nie gespielt habe. Wo Domi und Phil aber offenbar super Aficionados sind. Und wir dabei helfen, herauszufinden, ob diese Serie eben nicht nur einfach eine gute Serie ist, sondern auch eine gute Adaption. Ja, habe ich etwas vergessen, Phil? Nein, genau. Und jetzt habt ihr gerade noch Zeit, um diese an mich anschauen, weil die läuft ja seit heute auf Amazon Prime. Das heisst, ihr könnt jetzt vorschauen. Wir schauen zwei Folgen und besprechen pro Spoiler-Fabrik Folge. Genau. Die erste, wie gesagt, am Mittwoch, 17. April, zwei Folgen. Dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 19. oder am Freitag, zwei Tage später, dann machen wir gerade die nächste zwei Folgen. Das wären dann Folgen drei und vier. Und eine Woche später nochmals das gleiche Schema. Mittwoch und Freitag jeweils eine neue Folge. Und dann haben wir die ganze acht Folgen abgedeckt. Das ist jetzt halt da ein bisschen ein Spezialfall, weil Amazon für einmal seine Serie auf einem Touch raushaut. Das ist eigentlich ja sehr ungewöhnlich bei Amazon. Aber haben wir ja noch können im Voraus so wissen. Wir haben das jetzt halt so geplant. Und darum wird das ein bisschen so aufgeteilt. Genau. Und haben leider keine Vorab-Zugriffe bekommen. Genau. Und der Podcast wird auch auf dem Feed laufen. Und jetzt dort, das haben wir ja auch schon mal angekündigt, machen wir dann mal noch eine Umstellung. Die sollte auch nächste Woche vollzogen werden. Und zwar ist es so, wenn ihr weiterhin die Podcasts, die jetzt hier laufen, hören wollt, dann müsst ihr gar nichts machen. Den Feed werden wir dann einfach umbenennen, vermutlich in Digitec-Podcasts oder so. Und dort werden dann weiterhin alle Techtel-Mächtel-Folgen, die unregelmässigen angefressen und die Spoiler-Fabrik wird auch da laufen. Und wenn wir zukünftig noch mehr Podcasts machen, auch. Wenn ihr aber nur je einen von denen wollt, dann machen wir für den Techtel-Mächtel jetzt auch noch einen separaten Feed. Genau das Gleiche wie bei der Spoiler-Fabrik. Den kann man auch separat abonnieren, als separater Podcast. Und so habt ihr eigentlich die Auswahl. Möchtet ihr einfach alles? Dann könnt ihr da bleiben, könnt ihr weiterhören und sonst könnt ihr auch den separaten abonnieren. Das verlinken wir dann das Ganze. Also verlinken, wir lassen das eh noch eine Weile laufen, bis das Ganze umgestellt ist und haben da sicher genug Zeit zum Wechseln. Das ist also kein Stress. Gut, mit all dem, würde ich sagen, fangen wir mit unserem regulären Programm an. Und das fängt wie immer an mit den News. News. News aus der Tech-Welt. Ja, und dort reden wir unter anderem über WhatsApp-AGBs und über Disney-Plus-Account-Sharing, was es nicht mehr gibt. Und eben, wir fangen an mit WhatsApp, wo wieder mal neue AGBs rausgegeben hat. Und was beinhaltet die Flüge? Ja, also zuerst mal, die gelten ab heute. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig zum Wissen. Und ihr müsst auch gar nichts machen. Verwendet WhatsApp einfach weiter. Das wird dann als stillschwiegendes Einverständnis gewertet. Das ist immer toll. Genau. Also anders als damals, 2021, ein grosser temporärer Exodus. Die Lektion, die sie gelernt haben, ist nicht Privatswerk, so ist kein Problem. Man muss auch den Leuten das nicht sagen. Das ist doch so dumm. Es ist so einfach gewesen. Die haben natürlich nicht mit Digi-Tech gerechnet oder das messerscharf recherchiert. Eigentlich ist es nicht so eine grosse Sache. Es gibt vier wesentliche Änderungen. Es gibt ein bisschen Detailblablabla, aber who cares? Eins davon ist die Interoperabilität, die wird jetzt kommen. Und WhatsApp ist ja ein Kerndienst vom Gatekeeper Meta. Das bedeutet, die EU möchte gerne die Marktmacht ein bisschen einschränken, dass es da nicht zu einem Missbrauch kommt. Und wenn dann die Funktion kommt und es auch Messenger gibt, wo das will, kannst du dann von WhatsApp aus auch Nachrichten an andere Messenger, also Kollegen ohne WhatsApp schicken und auch von ihnen Nachrichten empfangen. Oh, endlich. Theoretisch. Allerdings muss man, ja, es ist sehr theoretisch, weil bis jetzt gibt es eigentlich noch keinen nennenswerten Messenger-Anbieter, der gesagt hat, er möchte das. Also, es gibt zwei, nämlich Signal und DREAMer, die schon dezidiert gesagt haben, nope, gar keinen Bock. Die machen sich Sorgen halt um den Datenschutz, weil WhatsApp nicht ihren Ansprüchen genügt. Und es ist auch noch nicht ganz, dort ist noch nicht ganz klar, wie es in der Schweiz aussehen wird, weil grundsätzlich wird WhatsApp, die Dienste in Europa, werden alle von WhatsApp Ireland Limited angeboten. Das heisst, da wird zwischen EU und Schweiz und Norwegen und wer auch immer dort, oder bist eigentlich nicht unterschieden. Aber wie es in der Praxis aussieht, wissen wir noch nicht genau. Ja, ich habe das genau vorhin auch noch angeschaut. Das ist eben die, genau, Signal und Streamer sagen es explizit, oder sie wissen einfach nicht, was mit den Daten genau passiert, wo Meta, also WhatsApp, dann verwendet. Sie brauchen offenbar, glaube ich, schon das gleiche Protokoll wie Signal. Das wäre okay, aber eben sie halten einfach nicht die gleichen Datenschutzbestimmungen ein. Und mit dem, genau, könnte man ja meinen, sei das schon gestorben. Noch habe ich aber gelesen, es ist schon ein anderes Protokoll. MLS, sei ich, geplant für 2026, auch für den Digital Markets Act. Und das müsste ich Meta auch erfüllen. Und das ist ein Standard, wo dann eben noch die Messenger anbieten können, offenbar bestimmen, welche Daten geteilt werden. Und wenn, der macht wiederum Hoffnung, dass es dann eben dann gleich wird gehen. Weil dann kann ja das Signal sagen, gut, wir haben alle gleich sichere Standards, aber wir schicken einfach alle Daten nicht mit. Das heisst, ich hoffe weiterhin. Aber gilt dann halt nicht für die USA, gell? Das ist ja dann... Das ist mir gleich, das landet mir auch in Europa. Du hast einen Kollegen in der USA dann. Aber okay, also der im Moment, der Stand jetzt ist Signal und Threema snobbet WhatsApp, ich sage es jetzt mal so zu. Weil WhatsApp und Meta halt mit dem Datenschutz das nicht vielleicht so ernst nehmen wie Signal und Threema. Wie ist es aber untereinander zwischen Signal und Threema, wenn die zwei ja offenbar so viel besser sind? Ist dort eine Diskussion, dass die vielleicht mit dem mal anfangen? Die müssen aber nicht. Die müssen nicht. Weisst du, der springende Punkt ist, WhatsApp macht das auch nur, weil sie müssen in Europa. Weil es gibt den Digital Markets da haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert, der gilt in der Europäischen Union und dort ist Meta als Gatekeeper definiert worden. Dankeschön. Und das als Kerndienst und darum sind die zur Interoperabilität verpflichtet. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von diesen Messengern das würde, wenn sie nicht verpflichtet werden. Ja, weil sie werden natürlich, dass die Leute ihre Messenger abladen und nicht einfach ihre Leine und unterladen. Natürlich. Okay. Und ja, vielleicht vielleicht meta-intern, also der Facebook Messenger oder das hat man dann gesehen. Wollen wir vom Thema Datenschutz reden, kommen wir gerade zu dieser Änderung noch. WhatsApp legt Spur so ein bisschen vor, dass ihre Firma dann DPF approved sein wird. Das bedeutet, es gibt ein Abkommen, das heisst Data Privacy Framework zwischen der EU und den USA und dort wird die Handhabung mit den Nutzerdaten geregelt. Und dort verpflichten sich die Firmen, die DPF Approvals haben wollen, insbesondere US-amerikanische Firmen, verpflichten sich dort zur Sorgfalt Daten rausgeben. Sie dürfen die Daten nicht mehr an Dritte rausgeben, ausser unter ganz bestimmten Voraussetzungen an Strafverfolgungsbehörden usw. Dort ist es allerdings so, die Schweiz will dem DPF auch beitreten. Die wollen das auch mit den USA abmachen. Dort sind Gespräche allerdings noch im Gang. Das heisst auch hier kommt, mal schauen, wie lange es noch geht. We will see. Das klingt sehr diffus. Ja, also das DPF ist schon für sich. Das ist schon relativ klar. Ihr könnt das sonst auch in meiner News lesen auf Digitech.ch Das stellt eigentlich relativ sicher, was die Firmen, wenn sie das Zertifikat haben wollen, was für Anforderungen an ihren Datenschutz zu erfüllen. Aber die Schweiz hängt im Austausch mit den USA einfach noch hinterher. Warum genau, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir es vorstellen, aber das wäre ein Klisché. Andere Prios, gell? Andere Prios. Dann gibt es noch zwei weitere Änderungen. Das eine sind die Richtlinien. WhatsApp sagt noch deutlicher, was man posten darf und was nicht. Insbesondere in der einigermassen eine neue Channels-Funktion, wo du als Firma oder als Einzelperson einen Kanal haben kannst, man kann dir folgen und du kannst Sachen reinposten. Dort wird nochmal genau gescannt, was sind dort für Inhalte. Einerseits mit dem Algorithmus, andererseits auch mit einem menschlichen Mod-Team, weil man die Telegramisierung von WhatsApp um jeden Preis verhindern. Also dort genau. Telegramisierung von WhatsApp jetzt hast du mich gerade verloren. Was heißt das? Das ist eine Wortkreation, die ich habe. Insider wissen Bescheid. Telegram ist ja bekannt dafür, dass es die Channels als erstes hatte. Dort gibt es sehr viele schwurbelige Inhalte. Sehr viele verschwörungstheoretische Inhalte, viel Anti-Mainstream-Content, die nicht immer wirklich kann davon ausgehen, dass das stimmt, was dort behauptet wird und Telegram moderiert dort überhaupt gar nichts. Also dort kannst Zeuge raushauen, was du willst. Okay. Und jetzt hat eben vor ungefähr einem Jahr die Funktion von diesen Channels, wo dann ein Admin hat, der Content postet und du kannst dann folgen, hat WhatsApp übernommen. Schweizer Fernseher hat dort einen Channel oder solche Sachen. Wir hatten mal irgendeinen Feed und so. Ah, ja, genau. Ist es das, wo während der IFA, wo wir einfach... Das war auf Insta. Auf Insta, genau, das war auf Insta. Aber dort hatten wir auch einen Channel, wo wir quasi... Das Prinzip. Einfach One-Way-Kommunikation. Und es ist natürlich klar, dass wenn du so einen Channel hast und so eine Reichweite, dass du dort noch Inhalte publizierst und WhatsApp hat einfach von Anfang gesagt, hey, wir haben gar keine Lust, dass es dort irgendwelche Flachärdler oder was auch immer hat, die ihre Teesinnen verbreiten oder Reichsbürger oder keine Ahnung. Und sowohl mit Algorithmen als auch mit menschlichen Mod-Teams will man dem Einhalt gebieten. Und das machen es in den Richtlinien noch einmal klar. Kollege, du wirst gesperrt, wirklich, wir haben das im Blick. Genau. Und die vierte wesentliche Änderung ist, das Mindestalter wird gesenkt. Das ist nämlich, da musste ich sehr lachen, als ich das gelesen habe, theoretisch war es so, dass du bis dahin WhatsApp erst ab dem Alter vor 16 Jahren durften verwenden. Aha! Und wenn ich das gesehen habe, auch durch den neunjährigen Sohn eines Kollegen, der schon in einem Klassenchat ist, der sogar mit dem Lehrer, der die Ausaufgaben über WhatsApp verteilt, das ist ein absoluter Papiertiger. Absolut! Das wird jetzt auf 13 gesenkt, was wahrscheinlich immer noch ein Witz ist, aber immerhin. Okay, okay, es ist total realitätsfremd. Also das sind jetzt die, also realitätsfremd, dass man wirklich glaubt, dass das ja schon bis 16 vorhanden wird. Aber es ist lustig, WhatsApp weist dann auch noch darauf hin, hey, es ist so, du darfst das jetzt zwar, aber wenn du unter 16 bist, dann klar, das fahre mit deinen Eltern, aber so ist cute. Das ist Inhalte von Games und so, wenn es steht, bist du 18, so, ja, ich darf das absolut sicher. Wenn du auf eine Pornoseite gehst und Inhalt ab 18 bitte nur mit meinem Verständnis von deinen Eltern und du so, ja, ich habe es mit ihnen besprochen, es ist okay. Sie schauen mit. Maximal absurder Shit. Familieaktivitäten. Ja gut, also, ich hoffe immer noch, dass das in Zukunft kommt, aber das sind ja wohl noch ein paar Jahre dahin, bis man das mal miteinander schreiben kann und vielleicht gibt es schon wieder irgendwas Neues. Hey, aber im Fall, also was, ich habe jetzt auch ein bisschen so geschaut, also in den News, die du geschrieben hast, Flo, auf Digitech, Kommentarspalten ist nicht besonders positiv, aber auch sonst, wenn ich so googelt habe, so Teasers sind alle ein bisschen so, hey, wer ablehnt, verliert sein Konto, wer WhatsApp weiterhin benutzen will, muss es akzeptieren und so. Es stört eigentlich alles negativ, aber ich habe jetzt nichts gehört, wo ich denke, man hat einen halben Exodus ausgesen, à la Geschäftsbedienung. Das, was du jetzt erzählt hast, stört ja eigentlich alles gut gemeint. oder stört. Ja, also doch, ich glaube, insgesamt kann man mit dem durchaus umgehen. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, was 2021 alles gelaufen ist. Ich glaube, dort ist der Umgang mit den Daten. Es war der automatische Austausch mit Facebook. Genau, anderen Meta- Plattformen, Insta und so. Das war der Moment, wo viele Menschen realisiert haben, dass WhatsApp zu Facebook gehört und mit Zuckerberg alles sieht und liest. Es war nicht nachhaltig. Es gab keine DPF, keine DMA und nichts. Es ist ein bisschen schade, dass die Schweiz noch hinterher ist. Wie bei Filmen. Dafür, wo die Schweiz voll dabei sein, den kann ihr euch freuen, oder auch nicht, ist bei Disney Plus Account-Sharing. Dort ist die Schweiz offenbar auch enthalten. Weil Netflix so schön vorgelegt hat, hat Disney «Ah, lässig! Wenn ihr das macht, machen wir das auch!» Oder, Luca? Und das haben wir ja auch prophezeit, in vielen Podcasts und Spatzen haben es schon lange überhaupt von den Dächerpfiffen. Disney will Account-Sharing noch das Jahr sperren oder unterbinden, aktiv vor allem. Und das hat der Disney-CEO Bob Biger persönlich in einem Interview mit CNBC so bestätigt. Verboten ist Account-Sharing theoretisch schon lang seit der Anpassung der Nutzungsbedienungen im November, im vergangenen November. Und Account-Sharing einfach für die, die es noch nicht wissen, das ist das Teilen vom Passwort mit Leuten ausserhalb von den eigenen vier Wänden. So. Und jetzt kommt Disney und sagt, unser Streaming-Dienst soll endlich ein Growth-Business werden. Also quasi ein wachsendes Geschäftssparte, der eben keinen Verlust einfährt, sondern gewinnt. Und um profitabel zu werden, weil Disney in diesem Juni in den ersten wenigen Ländern testen, Paid-Account-Sharing und wenn das gut läuft, dann soll das im September weltweit passieren. Also quasi, dass man Zusatzgebühr zahlt. Richtig, genau. Paid-Account-Sharing ist im Prinzip das gleiche wie Account-Sharing, einfach, dass man für das Teilen vom Passwort eine zusätzliche Gebühr zu den Abo-Gebühren zahlt, pro Haushalt, womit man das Passwort teilt. Das kennt eben zum Beispiel Netflix auch schon. Das soll Disney+, Hulu und ESPN+, das sind die drei Streaming-Dienste, die die Streaming-Spart von Disney aus machen. Das soll die bis Ende 2024 endlich profitabel machen. Das ist ein Versprechen, das Disney seine Investorin und Investoren schon vor einem Jahr gegeben hat. Vielleicht hat schon vorweg noch Vorbild davon ist Netflix. Wieso Netflix? Weil Netflix ist bis heute der einzig nachweislich profitable Streamer der Welt. Ich weiss nicht, ob euch das bewusst ist. Die sind auf der anderen Seite verliert ja ein Haufen Geld mit seiner Streaming-Sparte. Ich weiss nicht, habt ihr eine Idee, eine Schätzung? Traut sich von euch, ob ihr eine Nummer eine Zahl in die Runde zu werfen. Ich meine, das wird dann Hunderte Millionen sein im Jahr. Das ist sicher dreistellig Millionenbetrag. Jawohl, also über 400 Millionen Dollar pro Jahr für Disney in der Streaming-Sparte. Das ist krass. Obwohl man letztes Jahr innerhalb des gesamten Businesses, also nicht nur Streaming-Sparte, aber innerhalb des gesamten Businesses, hat man zusätzlich 2 Milliarden Dollar eingespart. Man hat von 5,5 Mal ursprünglich geredet, ist dann auf die 7 Milliarden Dollar. Das betrifft das ganze Business, das betrifft die Pairs, das betrifft auch das Linear-TV, das betrifft auch das Streaming-Sparte. Und immer noch macht man 400 Millionen pro Jahr Minus. Man muss sich das halt auch vorstellen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so gewahr. Früher hat jede Person oder jeder Haushalt für jeden Disney-Film eine DVD gekauft für 20 St. oder wenn es eine Serie war, für eine Staffel hast du 25 oder 30 gezahlt für eine auf DVD. Und nachher haben sie 40-50 St. kostet die DVDs und Blu-rays. Das war unglaublich teuer. Dafür muss man auch sagen, es gab nicht so viel Content im Film und Serie. Wir haben erstens viel mehr linear Fernsehen geschaut. Wenn die neue Grey's Anatomy Staffel kam, dann haben das gratis Fernsehen geschaut. Wir haben natürlich Bilac und Serafe und wie das alles Geiss hat gezahlt. Du hast wahrscheinlich nicht so viele DVD-Boxen gekauft. Du musst ja fast live im TV sehen, wenn die neue Lost-Folge rauskommt. Sonst haben sie weniger mal vorgekommen. Es hat sich so krass verändert. Heute kauft niemand mehr DVDs und Blu-rays oder fast nicht mehr. Und gleichzeitig hast aber auch unglaublich viel Content, den theoretisch pro Woche hättest es früher auch nicht gekauft. Oder nicht in der Form, dass du nachher 20 Blu-ray Boxen pro Monat gekauft hast. Das hätte euch auch niemand gemacht. Ich habe schon den Eindruck, obwohl wir runtergeladen haben, Wahnsinnigen, aber trotzdem noch viele die gekauft. Man hat mehr ausgegeben. Das ist ein subjektiver Eindruck. Aber auf die Person und Familie gerechnet. wenn du Streaming hast, dann teilst es sicher mit der Familie. Klar, früher hast du TV-TV das mit den Kollegen geteilt. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist. Rein rechnerisch. Rein rechnerisch. Selbst wenn heute ich will das gar nicht verteidigen, aber selbst wenn du 30 Euro im Monat zahlen für Disney+, dann imagine das sind maximal zwei DVDs. so viele habe ich schon gekauft im Monat. Ich schon. Nein, das habe ich doch nicht. Jetzt musst du mehrere Abos handeln, aber es ist schon so, wenn du 300 Std. für die Abos zahlst. Es ist eine schwierige Rechnung, aber ich hatte den Eindruck, dass es für uns billiger wurde. Aber trotzdem, sie sind die Verlager gleich bei ihnen. Wenn du immer anfängst mit günstigem Angebot die Leute anfixen und dann mehr verlangen, ist einfach eine scheiss unfaire Taktik. Es ist unfair, ich finde das auch. Das ist genau das, was sie an Netflix gemacht haben. Die haben ursprünglich das Account Sharing sogar beworben. Sharing is caring. Das war noch viel günstiger. Ich habe das Premium Abo damals für 16 oder 17 Franken gekostet. Mittlerweile kostet es 24 90. 90. Das ist krass. Und das kommen ja andere Gebühren auch. Die gehen ja nicht weg. Nur weil du die Vergangenheitsform gewählt hast, Luca. Seraphé. Du musst im Fall immer noch zahlen. Luca Fontana aus Spreitenbach. Ja, habe ich. Ich zahle meine Gebühren. Sie sind aber nicht ein bisschen günstiger geworden. Seit irgendeiner Abstimmung. Mal deutlich. Ich habe so viel. Ja, vor allem die Bilage, die ich meinen ersten eigenen Haushalt gegründet habe, da ist fast ein Lappen mehr gezahlt im Jahr. Ja, das ist schon krass. Man hat das gar nicht vor Augen. Disney ist wenigstens noch einigermassen transparent mit seinen Zahlen und die Hosen runter und zeigt, wie verlustreich das Geschäft ist. Vielleicht ist das auch eine Taktik zu rechtfertigen, damit man sagen kann, was man sonst machen will. Du hast die Rechnung und kannst auf der einen Seite Kosten senken und auf der anderen Seite versuchen, Einnahmen zu erhöhen. Kosten senken machen das schon wie verrückt. Jetzt müssen die Einnahmen erhöhen, damit es irgendwann wieder ausbalanciert ist. Was wir als Konsumentinnen und Konsumenten sagen können, ist vielleicht produzieren aber auch besseres Zeug oder Streaming die Netflix Disney usw. Es gibt eine Menge Quantität, aber Qualität suchst immer ein bisschen. Wenn das besser wäre, und das hat nicht einmal mit Budget zu tun, sondern mit besseren Geschichten erzählen, dann wären es vielleicht auch die Leute mehr parat, auch zu zahlen für den Content. Und auch mehr zu zahlen. Wenn Netflix preis erhöht, ist das der erste höre, ich zahle sicher nicht auch noch mehr. Das ist auch die Schuld von ihnen, die sie selber tragen. Andere Streaming-Dienste wie Apple oder Prime Video gehörst du nicht einmal zahlen. Es ist in irgendeiner riesen Mischrechnung drin, weil die auch iPhone verkaufen oder einen Lieferdienst oder Apple One oder Apple One wo alles drin ist und so und wir machen so und so viel mit Apple One oder Prime Video Wir haben so viele Prime Abonnentinnen und Abonnenten und machen so viel Geld mit dem aber Prime ist ja nicht nur wenn du Amazon Prime abonnierst ist es auch ein schnellerer Lieferdienst Prime Video Aber weißt du was ich eben ich freue mich das schon lange als das hinführt was ja irgendwie klar ist es können nicht einfach immer alle teurer werden und es können nicht immer noch mehr Firmen Streaming Dienst machen das geht einfach nicht auf du kannst ja nicht immer mehr zahlen und nicht immer mehr abonnieren das machen die Leute einfach nicht darum nicht mich wundern gibt es eine Konzentration auf frisst du einfach noch mal irgendeine Firma die andere auf und dann gehört dann halt irgendwie HBO zu Disney und es werden langsam riesengroß HBO gehört ja schon Sky nicht nein HBO gehört zu Warner Bros die sind auch noch riesig und die sind auch gemerged mit Discovery Channel zusammen und das ist jetzt alles ein riesen Ding Warner Bros Discovery ist eine einzige Firma jetzt und zu ihnen gehört HBO und Discovery Plus und dann ist das auch noch in den USA eh auch noch mal alles anders dort ist Disney auch mit Hulu unterwegs was bei uns einfach ein Sport in Disney Plus es ist unglaublich komplex und da kommt noch die ganze Geschichte mit Sport noch dazu und weisst das lineare TV bei uns wo auch dann noch es ist ein wahnsinnig Knudelmodel ich habe wirklich ich frage mich ob es wirklich auf Sky rausläuft und bei uns die haben auch Deals mit verschiedenen und dort läuft dann noch viel und das dann einfach wieder dass es wieder aufs Selbst rausläuft du hast klassisch fast wie früher einfach dass es nicht linear ist aber du hast wieder ein Abo bei verwalteten Swisscom oder Sunrise oder so und dort drunter hast du die Streaming Sachen ob es dann eine Bandle ist von Netflix Disney Plus und HBO oder ob es dann irgendwie über den eigenen Dienst der Anbieter läuft aber es kann doch einfach nicht so weiter gehen dass die einfach teurer werden du musst immer mehr ducken und sollst auch noch vier Dienste das beschränkt sich dann auch niemand also habe ich den Eindruck weil es gibt dann gleich immer wieder irgendwo etwas wo die Leute wollen schauen habe ich den Eindruck aber ich weiss auch es ist wirklich so und die Bundles gibt es ja auch schon Swisscom bietet ja auch schon Bundles an mit Disney Sky und glaube nochmal jemandem und so weiter und das ist die Schwierigkeit in dem Ganzen du hast jetzt Sky erwähnt wo viel lizenzierte Sachen macht oder viel eben HBO Lizenzen macht wo sicher ein Weg ist wenn du sagst ich die Lizenz zahle dass ich etwas streame das ist günstiger als dass ich etwas selber produziere dort träge ich das ganze Risiko von der Produktion und wenn die nicht ankommt und keine Abonnements generiert habe ich geschissen aber Sky macht mittlerweile auch schon Produktionen Sky Originals weil was ist das Problem wenn du keine Originals hast dann gibt es wirklich keinen Grund dich zu abonnieren also deine Originals sind quasi deine Hauptargumente dass man dich abonniert und eine Lizenz kann immer kommen und gehen oder HBO wird wahrscheinlich auch nicht ewig bei Sky bleiben wenn HBO dort geht hat Sky ein grosses Problem obwohl du gerade die Gamebranche merkt dass das mit den exklusiven Games und so Plattform exklusiven möglicherweise nicht der richtige Weg ist vielleicht muss die Lektion und die Filmindustrie auch noch ziehen ja du wir werden es sehen kommen wir gleich weiter in unser nächstes Segment in Big Screen Film und Serien auf Big Screen Manhunt mich erinnert das ja an das Game von Rockstar aber ich glaube das ist nicht das was du da gesehen hast obwohl es auch um Mord geht aber nicht so viele wie in Manhunt das geht jetzt primär um ein Mord und zwar von Abraham Lincoln oder? genau genau also Manhunt ist eine Serie die auf Apple TV Plus läuft und zwar seit dem 15. März schon ich hatte das dort auch im März in meinen Streaming Highlights und mich mega auf diese Serie gefreut die war absolut auf meiner Must Watch List sieben Episoden an 50 Minuten werden es insgesamt sein fünf sind jetzt schon draussen die nächste kommt am Freitag aus und dann nächstes die letzte und ich habe jetzt die fünf von schon draussen alle gesehen und muss sagen ich bin recht begeistert aber es hat seine Zeit gebraucht eben um was geht es viel hat es schon etwas angetönt es hat mal eine Zeit gegeben da ist der John Wilkes Booth vielleicht nicht der bekannteste aber sicher der meistgesuchte Mann von Amerika war tagelang eben sein Bild sein Name alles in den Zeitungen und Zeitschriften war an Stammtisch hat man über seine Tat geredet man hat sie ausführlich diskutiert und einige haben ihn für das sogar eben für einen Held gehalten für andere ist es aber einfach eine schockierende Nacht war die Nacht vom 14. April 1865 wo John Wilkes Booth den US-Präsidenten Abraham Lincoln erschossen hat und Mann Hunt spielt jetzt eben genau in diesen Tagen nach dem Attentat und übrigens auf Deutsch wenn ihr es auf Apple TV plus sucht heisst unsere nach dem Attentat Buchfahrt Leak das könnte auch Lee Harvey Oswald sein genau 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 voll und weisst du man nennen es wenigstens Menschenjagt oder so etwas das klingt schon nochmal ein bisschen krässer als dann wäre es wenigstens auch eine Übersetzung von Manhunt und nicht einfach nach dem Mitten Töt ja Abe Lincoln oder so ja genau genau ist ja gleich und die Zerrie sieht man vor allem aus zwei Perspektiven nämlich die von John Wilkes Booth natürlich aber auch die von seinem ärgsten Verfolger Edwin Stanton und das war damals einer der wichtigsten Vertrauten von Abraham Lincoln und zu diesem Zeitpunkt vom Mord auch der Kriegsminister von Lincoln und das ist mega spannend weil ich weiss nicht wie es geht ich habe offenbar eine brutale Wissenslücke nämlich dass der amerikanische Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten und wo bis heute noch einer von den blutigsten und tödlichsten Kriegen ist wo je auf amerikanischem Boden gekämpft wurde ist der ist tatsächlich nur wenige Tage vor der Ermordung 10 gegangen also das ist eigentlich noch wenn ihr euch die politische Situation vorstellen es ist ein brutal fragiler Frieden der hierherrscht hat wo jetzt genau zu dem 5-4-5 Tage nach dem die Südstaaten kapituliert haben wird der Präsident der SIG-Partei ermordet und da gehen natürlich die Anschuldigen durch wer ist geschuld ist das eine Verschwörung vom Süden hat der das eingefädelt oder nicht bricht der Krieg erneut aus und genau das ist spannend an der Serie dass sie in den wenigen Tagen fokussiert auf das was passiert ist in den Tagen und was die politische Spannung greifbar macht in der Serie und wenn ich es antonnen muss sagen ich habe eine Weile gebraucht um mit der Serie warm werden ich habe die erste gehypt wie ich es gehofft habe erwartet und nicht so genau gewusst wieso ich mehr Tempo erwartet mehr Hetzjagd die Vorstellung von catch me if you can aber in Ernst und Seriös was wirklich um die Jagd nach dem Mörder geht und die Frage wie hat einen wie John Wilkes Booth so einen semi bekannten Schauspieler der Präsident während einer Theater Vorstellung in seiner Präsidentenloge von über tausend Leuten erschissen und dann spurlos verschwinden das hat schon etwas von JFK Verschwörung und Seri deutet auch die einen oder anderen Verschwörungen an Lee Oswald usw. Er hat noch viel gelernt wie es bedeutet dass Sklaven verboten wurde das war einer der grossen Punkte auf der Agenda Abraham Lincoln gewesen und für mich ist immer klar die ethische Frage dass man Schwarze nicht als Sklaven halten aber gleichzeitig gab es zum Beispiel auch mega wirtschaftlichen Impact weil an Wall Street in New York die ganze Wirtschaft hat enorm viel in Baumwolle investiert zusammengebrochen auf den Wert von Baumwolle spekuliert so blöd wie das klingt wenn jetzt plötzlich niemand mehr Baumwolle pflückt was passiert mit der Industrie und die geht dann Bach und das hat natürlich wieder einen Impact aufs ganze Land und das ist oder was machst mit Sklaven gut jetzt sind frei aber die haben keine Ausbildung die haben kein Land die können mal irgendwo ein Haus oder etwas bauen was Geld verdienen um die Gesellschaft zu nutzen sein das sind jetzt einfach wie so da oder bist einfach mal frei hat man das überhaupt das Ende gedacht das sind alles mega spannende Fragen wo diese Riebe alles thematisiert und gleichzeitig ist das vielleicht auch der Grund warum am Anfang ein Tempo fehlt wir lernen das kennen wir lernen die Spannungsfelder kennen bis die Jagd in Gang kommt das Gefühl von jetzt geht es los jetzt ist Stanton vs. Booth er ist immer einen Schritt voraus und er ist immer einen Schritt hinterher und muss die richtigen Leute fragen und tun bis das los geht durch und darum hatte ich am Anfang Mühe zu kommen und ab der dritten Folge beginnt zu anziehen und dann bin ich recht gehypt wie es weitergeht mit den letzten zwei Folgen es ist noch nicht aufgelöst wenn ihr es schaut stellt euch ein auf dass es nicht mega tempovoll los geht dass es auch ein historischer Exkurs ist aber dann geht es schon los und dann ist wirklich super dann ist wirklich genial ja also sorry ganz kurz aus Neugier wird dort wenn es um Sklaven geht wird das Thema Liberia angeschnitten das sagt jetzt gerade nicht wahrscheinlich nicht nur weil du gesagt es wegen Sklaven und was machen die jetzt es hat einen Plan gegeben dass man den Staat wo es gibt Liberia in Afrika dass man im Prinzip wie gegründet und dass das Domizil ist für die jetzt befreite Sklaven die dort leben Ok und die Hauptstadt heisst Monrovia und die Flagge von Liberia so farblich und so ist ja sehr ähnter USA ähnlich Ja und das nur kurz ein Ausflug Es gibt eine andere Es wird anders angesprochen oder anders abgehandelt Aber ja Hey ich weiss nicht Ich habe es mal geschaut Ich fände es sicher auch nicht uninteressant aber es ist mir einfach zu wenig hoch auf der Liste Aber wenn ihr euch für das interessiert Manhunt auf Apple TV Plus hast du gesagt Genau Und dann hast du noch ein zweites Film gesehen und zwar Echte Schweizer Ja Genau Was sind die echten Schweizer Echte Schweizer Mal ein kleiner Tipp von mir Es geht mal nicht um einen Blogpost oder eine Serie sondern um einen Dokumentarfilm und jetzt muss ich Entschuldigung meine Katze von mir Sonst sehe ich meine Notizen und Echte Schweizer Es ist mal kein Blogpost sondern ein Dokumentarfilm und der läuft jetzt gerade im Kino Also seit dem 4. April genau gesagt geht es eben 77 Minuten und Regie geführt hat Luca Popadic und es geht um Sekundos im Militär grob gesagt Es gibt Studien die sagen dass Sekundos in der Schweiz eher dazu bereit sind Militärdienst zu leisten sogar weiterzumachen und Sekundos das sind natürlich Kinder von Einwanderern die in der Schweiz geboren worden sind also Kinder sind Kinder sind die in der Schweiz geboren worden nicht Einwanderer und in echte Schweizer Gattenregisseur Luca Popadic mit Kamera und Mikrofon in die Schweizer Kaserne in die Panzer auf die Schweizer Plätze um drei Sekundos zu porträtieren nämlich den Saat der Turban und der Andria das sind drei Schweizer Offiziere mit serbischem srilankischem und tunesischem Hintergrund und im Laufe vom Film werden natürlich viele Fragen beantwortet oder nicht nachgegangen zumindest zum Beispiel eben warum leisten sie Militärdienst warum haben sie weitergemacht ist die Schweiz mehr als ein Gastland für sie was heisst es eben mit Tradition und Werten auf der einen Seite die Tradition und Werten von den Eltern auf der anderen Seite die Kultur von der Schweiz wie bringt man das in Einklang und natürlich die spannendste Frage werden sie im Kriegsfall sogar bereit ihr Leben für die Schweiz geben oder nicht das ist auch so schon eigentlich mega spannend aber der Funke finde ich den Dok wirklich zusammenhält ist der Regisseur selber weil Luka Popoditsch der ist eben auch der vierte Protagonist in der Sache er ist selber ja auch Sekundo und auch Schweizer Offizier im Schweizer Militär also währenddem er die drei porträtiert bringt er auch immer seine eigene Sicht und seine eigene Erfahrungen mit ihnen und das ist wirklich mega schön wie er das dann erzählt und er macht das auch wirklich gut er ist auf dem schmalen Grad zwischen eben dass man die Armee auch nicht verherrlicht weil er ist ja selber Offizier er könnte das auch in der Doktor er hat auch im Laufe der Zeit seine eigene Sicht aufs Militär zwischendurch mal ein bisschen korrigieren und so aber er kennt das natürlich auch ein bisschen sowieso die Armeeliebe aber das wird in diesem Doku jetzt wirklich nicht verherrlicht aber gleichzeitig auch nicht in die Pfanne gekauft also da ist finde ich sehr differenziert an diese Sache angegangen und ich selber ich habe ja der Sekt gemacht ich habe meine WK Sekt gemacht und ich habe immer wieder die viele vor allem mega cool gefunden die morbide Situationen wo irgendwo zwischen Leid und Elend sind und trotzdem an Situationskomik grenzen das ist also wäre es Militär gemacht der kennt das einfach was hast du gemacht ich habe Panzersoldate in Thun gemacht und das ist Thun ist sowieso schon die Hauptstadt vom Militär in der Schweiz die ganzen Grenis und so Panzer und alles sind dort und Panzersoldate sind natürlich auch super stolz alles auch Part of the Game schlimmst schlimmst zu essen habe ich mal gehört also sind wir wieder von Leuten die längere Militärkarriere gemacht haben in meinem Umfeld und haben gesagt man isst nien so wüst wie ein Thun gut die Köche die Wechseldaime hast du es auch gemacht Flo? meine Militärkarriere war sehr kurz ich bin noch ich bin in der medizinischen Nachuntersuchung in Zivilschutz versetzt worden ja du Glücklicher also ich bin nicht verrückt es hat geheissen ah hören Sie Herr Bollock wenn Sie unbedingt wollen können wir das machen das Problem ist ein bisschen ihr das Gnäu und so und ich fand ja nein also ich will ja nicht dass Sie nachher Peter Griffins Teil und habe auch so eine Traktische Bands die wahrscheinlich geringer war als die ganzen Röntgenbilder die ich mitgenommen habe und so weiter aber Zivilschutz habe ich gemacht dann 14 lange Jahre bis ich dann verdankenswert verweis davon erlöst wurde ich habe Übermittlungssoldaten gemacht die alle Stromer und so einfach dabei sind ja 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 ich habe auch einen Stromer Kollegen ich glaube auch genau das in Bremgarten oder wo nein in der Ostschweiz so Sargans und schiesse mich tot und wir überall waren in Europa ich wäre auf die Rote gekommen wenn ich es gemacht hätte ja also das gröslichste was ich im Tun hatte ist Rindszungen gewesen Rindszungen also ein Bunion mit Rindszungen drin und das hat man die Zungen genommen in Würfel geschnitten und du hast teils noch die Nöppel auf der Zunge drauf aufgehalten aber die Zunge ist sowas geiles ja ich weiss keine Ahnung gut gemacht aber die Nöppeli haben mich die Nöppeli haben mich richtig so da habe ich gesagt ich gehe zum Kiosk und drei Snickers hat man manchmal schon mühsen ah ist das ein scheissdreck aber in diesem Fall der Film ist sehenswert der Film ist sehr sehr sehenswert vor allem eben weil man also ich habe mich sehr oft wirklich zurückversetzt gefühlt irgendwo auch fast ein bisschen romantisch gefühlt es hat nämlich schon man muss sagen eben das siehst und das ist auch Thema natürlich wenn du dort als Sekundo reinkommst du hast all die verschiedene Herkünfte du hast sowohl ethische Hergründe aber auch Herkünfte aber du hast auch völlig unterschiedliche Berufsschichten vom Bauern wo sich über den Wolf sorgt wo gerade seine Schäu freist bis zum Banker wo gerade eine mega Investition von Koks alles hast zusammengewürfelt und alle sahen aber einfach genau gleich aus sind in den gleichen Scheissen haben das gleiche Projekt nämlich wie stehen wir die nächsten 21 Wochen durch und ich habe durchaus auf mehr Schauen erlebt wie eine rechtspolitische Skin hat den Rucksack genommen und reit weil er nicht mehr möglich und das sind Sachen das passiert das ist schon etwas krass das erlebst schon nicht jeden Tag ist nicht alltäglich und natürlich für sie als Sekundas das aus ihrer Perspektive zu sehen aber halt dass eben auch nicht alles doch einfach integriert und super ist sie sagen sie sagen auch man fühlt sich integrierter im Militär als in der Gesellschaft wahrscheinlich aber man ist halt eben doch nicht also irgendwo kommt dann die gläsernde Decke je höher man rauf geht Ueli Murat 2015 mal die Loyalität von Sekundas öffentlich in Frage gestellt das wird alles thematisieren ist alles super spannend und ich finde es wirklich sehr sehr differenziert hat Luca das zusammengebracht auf den Punkt und er läuft nur noch schnell das der Film läuft natürlich nicht in jedem Kino also ihr sucht nicht im Patte oder so danach in Zürich zum Beispiel läuft er im Riffraff in Baden im Kino Stärk in Winterthur läuft er in der Loge extra für euch sonst auf cinemann.ch kann man gut schauen wo in welchen Kinos ein Film läuft cool sehr 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 echte Schweizer genau ah und sorry one last one last one more thing ich habe ein sehr spannendes Gespräch und Interview mit dem Regisseur Luca Popaditsch selber gemacht und ich werde demnächst in den nächsten Tag ein Portrait über ihn veröffentlichen cool es langt vermutlich nicht mehr zum verlinken aber genau findet ihr dann auf unserer Webseite genau gut dann gehen wir noch in unsere letzte Kategorie zocken bis der Notarzt kommt in der Spiele von etwas tiefgründigem zu etwas völlig trashigem oberflächlichem ich habe zwei Games gespielt zum ersten Turbo Kit kennt ihr den Film Turbo Turbo Kit Turbo Kit ja klar also New Kids Turbo meinst du nein der heisst Turbo Kit ich finde es wirklich ein sensationeller Film der ist 2015 ich habe mir gemeint das sei genau australischer Film die hätte mich sicher runtergekackt er ist neuseeländisch und kanadisch was auch dort gefilmt wurde und er ist so ein Postapokalypse Film er ist total Mad Max Vibes darum habe ich vermutlich das Gefühl dass er australisch ist und eben die Welt ist zerstört und so und du folgst dort einen Jungen der einfach statt mit dem Auto ist er mit seinem BMX unterwegs aber sonst ist es ähnlich wie Mad Max wirklich mega blutig zum Teil aber sehr lustig ich habe wirklich sensationell gefunden diesen Film und jetzt hat ein kanadisches Studio Outer Minds vor Jahren einen Kickstarter gestartet um ein Game zu machen und ich habe gesehen die haben ein PewDiePie Game gemacht das hat mich gerade ein bisschen unsympathisch gemacht PewDiePie aber egal das Game selber ist so ein Pixel 2D Metroidvania du bist eben der Turbo Kit mit seinem Power Glove den Nintendo Händschen mit dem kann er schiessen also Titel ist nicht der Nintendo Händschen aber er heisst irgendwie ich weiss nicht wie er heisst aber eben der Händschen hat dann relativ gleich kommst du eine Machete rüber und mit dein BMX fetzig umeinander und du erkundest einfach so in die Welt am Anfang du startest in so einer Basis wo die Leute in ihren improvisierten Hütten wohnen und dann erkundest so Metroidvania mässig die Levels und kommst dann mega oft irgendwo wo du noch nicht durch hast weil du nicht die richtige Waffe hast oder nicht genug höchst Kumpel hast das Typische und und es ist recht lustig es ist eben auch so natürlich easy blutig aber pixel grafik mässig du stirbst relativ schnell also musst immer gut ducken und sie abballern du kannst deinen Schuss aufladen wo mit damage macht und ja geht wirklich darum die Welt zu erkunden mit dem BMX kommst du natürlich dann oft über Hindernisse wo du sonst nicht durchkommst was so ein bisschen der Sache ist habe ich gefunden das BMX ist ein bisschen schwierig zu steuern es ist einfach so ich weiß es hat mich ein bisschen an Quop erinnert es ist so empfindlich mit einem richtigen Leben vermutlich aber du musst halt einfach zum Teil du steckst nicht viel Leben ein und natürlich hat es bei den Sprüngen meistens irgendwelche Spikes die musst ausweichen weil das meiste was du machst ist einfach rumlaufen rumschiessen klettern oder fahren und aber findest du wieder neue Sachen und dann kannst deine Waffen und das Zeug zu verrüsten hey einfach mega stimmig der Soundtrack finde ich geil ist vom Matos Matos wie immer der heisst aber der hat auch den Soundtrack im Film gemacht finde ich natürlich grossartig so eine synthwave mässig da hast du mich und Pixel Grafik ja Pixel so noch ein kleines feines Game wenn Metroidvania cool findest mit einem cool Setting ich finde es tut auch die Welt recht gut rüber bringen oft im Hintergrund passieren Sachen wo du einfach zuschauen komische Roboter und Figuren mit Hoodies die einfach irgendwas einsammeln oder irgendwelche Leichen transportieren weil das ist Postapokalypse und so lebt man dort das Einzige was mich genervt ist das Speichersystem finde ich so beknackt es hat dann immer so Sofas wo man ein Gameboy führern nimmt und gamet zum Speichern aber normalerweise ist es doch in so Games so wenn du etwas Neues findest neue Waffen oder für einen Quest die eine Person befreist dann ist das gespeichert und da ist das nicht so das heisst egal was du machst du musst einfach immer kurz speichern wenn es dich hat dann ist das wieder weg auch alles was du erkundet hast ist unsichtbar auf der Karte das hasse ich das ist unnötig das ist mühsam es macht keinen Spass was ist der Spasseffekt sonst sind die Games nicht so ich muss umgewöhnen es ist immer so nein jetzt musst du ganz kurz Druck speichern es hat immerhin sehr viele Speicherpunkte das ist easy schnell reisen kannst nur Teleportations wo es mega wenig hat ich finde es macht mega Bock ich habe so einen PC gespielt ich weiss gar nicht wo es es sonst gibt wo laden wir es runter soll ich noch nachschauen was ich noch gesehen ist es kostet 20 krank es ist ein relativ günstiges Game aber ich habe es auf dem PC gespielt ich weiss es nicht es kommt sicher auf anderen Plattformen ich meinte es ist auch auf der Konsolen aber es ist am Anfang erst ich sehe es nicht ich meinte es kostet 20 wenn es recht ist ja genau Turbo Kit und sonst den Film schauen ich finde den wirklich der ist so cool ein lustiger Film Turbo Kid ganz geil mega spassiger Film auch blutig Mad Max mit BMX und dann habe ich noch ein zweites und das ist wieder so weird Buckshot Roulette und das ist eigentlich du spielst eigentlich russisches Roulette aber mit einer Shotgun und es hat so Inscription Vibes ich weiß nicht ob ich das noch kenne das ist vorletzt Jahr glaube Simon sein Spiel dieses Jahres gewesen und das war so ein creepy Karten Game und es ist ähnlich weil du kommst auch rein du bist in so einem Club irgendwie oder also am Anfang ist aus der Ego Perspektive bist in so eine abgefuckte Bar und gehst ins Hinterzimmer und dann kommt aus dem Schatten eine komische Figur mit einer unheimlichen Maske und sagt hey spielen wir Buckshot Roulette und es spielt sich so es geht immer auf drei Runden du hast immer jede Runde eine gewisse Anzahl Leben 5 meistens oder so und dann zeigt immer Patronen und es sind immer unterschiedlich viele Patronen und immer unterschiedlich viele scharfe Schüsse und Platzpatronen und die lässt den anderen nachher rein in irgendeiner Reihenfolge und du kannst immer als erstes dran und kannst immer wählen zielst du auf dich oder auf den anderen und du versuchst natürlich einfach einen Schuss ist ein Leben und wenn du bei dir schiessst und es ist Platzpatronen dann musst du dir natürlich merken wie viele Schüsse noch drin und möglicherweise erstellisch weil du bekommst auch Items pro Runde es gibt ganz verschiedene und du hast immer unterschiedliche es gibt zum Beispiel die Lupe da kannst in den Lauf schauen und dann gibt es ein Telefon das kann du anrufen oder sagt die vierte Patronen ist ein Platzpatronen und das stimmt dann auch ja das stimmt dann und so kannst du natürlich auch abwägen oder dann gibt es ein Item wo der Schuss umkehrt also aus einer scharfen einen Platzpatronen macht und wenn natürlich mit der Lupe rein schaust dann kannst es mit dem Teil scharf machen dann könnt du noch das Messer verwenden zum schaust und dann hat es geheisse die vierte ist ein Ding und man muss sich fast aufschreiben es ist geil creepy und immer wenn der andere runter schiesst geht er kurz in Schatten kommt er wieder raus und hat ein verzerrtes Gesicht recht unheimlich komische trashige Grafik die Grafik ich schaue gleichzeitig auf YouTube die sieht wie wenn man es völlig übertreibt die Farbe nicht stimmen genau wenn sie 8-bit Farbmodus 206 farben aber sie auch völlig verkehrt sie stimmen man hat irgendwie beim Dynamik bereich irgendetwas völlig umverstellt kaputt gemacht und es ist einfach völlig trash der Stil ist speziell es macht es nur noch creepier und es kostet 5 Stunden es ist kein langes Game ich habe es mal durchspielt und dann kannst irgendwo Tabletten fressen für alles oder nichts und dann musst zwei Runden schaffen das habe ich noch nicht bei der letzten Runde hat es mir verwischt gibt es einen Multiplayer Mode ich glaube nicht es gibt einfach Highscores gibt es damit du siehst wie viele Schüsse du gebraucht hast aber sonst habe ich das nicht gesehen richtig oldschool aber wirklich noch geil Buckshot Roulette so ein bisschen abgefuckt und creepy aber es ist noch ich habe es nur kurz spielen und du bist dann gleich dran weil es einfach irgendwie noch ich mache jetzt noch rum und dann immer so shit hat es zwei Platzpatronen eine scharfe dann riskiere schiessst dich schiess in die fress und dann wirst du wieder verlebt mit so Defibrillator das hilft gegen Kopfschüsse genau ich habe es auch auf Steam gezockt ja dann wären wir ja schon durch wie gesagt am Montag haben wir unser Counter-Strike Turnier am Abend um 7 oder um 8 schauen auf Twitch Digitec Playground und eben angefressen neue Folge könnt ihr hören und wie gesagt Spoiler Fabrik genau die ist und Spoiler Fabrik kommt nächste Woche darum schaut doch auch noch Fallout dann ist das lustiger wenn ihr uns zulassen ja das wäre es gewesen dann danke ich allen fürs Zulassen und euch fürs Mitmachen und Tschüss miteinander Tschüss Tschüss